Okay, Leute. Ich gebe nicht auf mit Samson. Hätte ich im letzten Run Ipekeg nicht mitgenommen, hätten wir das Ding gerockt. Wir hätten das Ding gewonnen. Und wir kriegen den Speedball, Speed und Shoot, Speed up. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt einfach mal so dreist und lade den Run neu. Weil ich ein anderes Item haben will. Von Anfang an. So. Set Bombs zum Beispiel ist was Gutes. Ja. Set Bombs ist richtig gut. So. Zack. Und jetzt bitte nicht mehr so viel Schaden. Einfach draufhauen. So. Dafür ist Set Bombs halt geil. Auch wenn da so ein Gegner kommt. So ein Endboss kommt. Wie Pin. Set Bombs einsetzen. Und, äh. hoffen, dass er getroffen wird. So. Noch Bombs. Ah, scheiße. Oh, es zählte noch als Treffer. So. Komm schon. Jawohl. Und nach Pea. Und nach unten. Das muss jetzt schnell gehen. Ich will das jetzt endlich mal mit Samson schaffen. Das Schlimme ist, dass uns da noch Lazarus... Dass da noch Lazarus und... Äh. Maggie auf uns warten. Das ist ja das Miese an der Sache. So. So. Moms Pearl. It emanates purity. So. Jetzt können wir hier mal rein. So. Das Bett ist gemacht. Das heißt, wir brauchen noch eine Bombe. Nice. Und Splash Damage. So. Haben wir zwar Range Down, aber... Wir haben Splash Damage. Jetzt noch Cricket's Head. Bin ich glücklich. So. Nein, aber das Dammon Baby. Was ja auch nicht schlecht ist. So. Aua. Weiter. Weiter. So. Hier mal bumm. Mach bumm. Einfach weiter draufhauen. Einfach immer weiter draufhauen. So. Jetzt haben wir natürlich keine Bomben mehr. Vielleicht kriegen wir aber hier noch eine. Was auch nice wäre. So, komm. Nice. Nice. Und du auch noch. Ja, aber wir kriegen noch einen Schlüssel. Weiter. Weiter. Immer weiter. Weiter. Immer weiter. Oh. Range Up wäre jetzt von Vorteil. Komm. Was haben wir hier? Telepils. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Kurz pennen gehen. Das halbe Herz aufhören. So. Weiter. Ah. Ding. Ding. Oh, ich hätte jetzt mir so schön viel Schaden zufügen können, dass ich stärker bin. Und hätte dann, äh, mich pennen gehen, legen können. Äh. Da hab ich nicht mitgedacht. Oh, das hätte auch die Chance auf den Devil Deal gesenkt, soweit ich weiß. Äh. So. Stirb. Ja, wir kriegen eh keinen Devil Deal. Das Glück ist uns nicht vergönnt. Der Hanged Man. Äh. Lockdown. Ganz ehrlich, ich nehm die Zecke mit. Ich nehm die Zecke mit. Die ist manchmal gar nicht so schlecht, die Zecke. Bei dem einen oder anderen Gegner. So. Komm. Stirb. Geld kriegen wir auch wieder ein bisschen was. So. So. Schau mal rein. Quarter. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal in den Shop rein. So. Aber erst nehme ich Infamy mit. So. Allein für Infamy hat es sich schon wieder gelohnt, hier reinzugehen und zwei Schlüssen zu wasten. Ich hoffe, dass wir jetzt noch einen goldenen Schlüssel kriegen oder sowas. Das wäre halt richtig gut. Riesig gut wäre das. Riesig gut. So. Kommt, Schlüssel. Nein. Ah, können wir hier nicht mitnehmen. Ah, super Last. Jawohl. Und noch einen Schlüssel. Und noch eine Pille. Hier ist down. Natürlich. Ich sag dazu nichts mehr. Mein Glück mit Samson ist begrenzt. Hoffentlich haben wir danach mit Maggie mehr Glück. Oh, nice. Hätte ich den nicht früher finden können. So. Du noch. Ja. Sehr schön. Gehen wir in den Shop rein. Der Fanny Pack. Ähm. Den Schlüssel und das Silberne Herz. Den Rest donaten wir. So. Die Hanged Man hebe ich mir noch auf. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Na. Ja. Immerhin. Gut, dass ich mir The Hanged Man aufgehoben hab. Und das hier drüben. Nochmal normaler Spieleautomat. Mit nichts. So. Hier hätte ich The Hanged Man auch gut gebrauchen können. So. Ah. Komm schon. Stirb. Beziehungsweise werde erst mal klein. Das Damien Baby ist halt richtig gut. Meiner Meinung nach. Nein. Nein. Och nö. Von allen beschissenen Gegnern sind das jetzt die beschissensten. So. Ich mag nämlich weder Spinnen noch diese komischen Gegnern. roten oder schwarzen Fliegen. So. Könntest du bitte mal treffen? Ich brauche unbedingt Range ab, ne? Boom. Könntest du bitte mal treffen? Danke. Okay. Sehr schön. Weiter. Und du solltest kein Problem sein. Auf zum Bossraum. Es ist Pestilence. Das heißt, wenn wir jetzt kein Devil Deal bekommen, kriegen wir wieder nur ein bedingt gutes Item. Nämlich den Cube of Meat oder den Ball of Bandages. Ja komm, stirb. Stirb. Alter, was du für eine Range hast. Du hast eine größere Range als ich. So. Oh. Stirb doch endlich. Oh. Gott sei Dank. So. Gympie. und Ceremonial Robes. Oh, nice. Höhere Chance auf Devil Deals. Sinn ab. Weiß man ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ich müsste mal gucken auf realplatinumgod.uk.org. Keine Ahnung. Hier dieses Isaac Cheat Sheet. Ich werde mir sowieso jetzt demnächst mal rausschreiben, welche Items mir noch fehlen. Weil das eventuell mal gut zu wissen wäre. So. Noch ein halbes Herz. Ah, das Schöne ist, ich kann jetzt, wenn ich schon in Nahkampf muss, kann ich auch so ein bisschen den den Ball of Bandages mit einsetzen. Autsch. Robo Baby 2.0. Okay. Alles klar. Danke. So, weiter geht's. Zurück. Weil wir ja absolut auf dem Holzweg waren. So. Das Robo Baby kann dann auch schon ganz schön nerven. Aber hey. Was wollen wir machen? So. Ah. Zack. So geht's auch. Ja, ich hab eh schon Schaden gekriegt. Also von daher. Können wir auch mal in den, äh, Stachelraum reingucken. So. Hätte ja auch was Gutes sein können. Davon abgesehen. Weiter. So. Und wir schauen in den Shop rein. Das ist Greed. Was auch sonst. Bei meinem Glück heute. Autsch. Ganz ehrlich. Ich guck jetzt mal, was ich mit dem Greed Glitch so alles rauskriegen kann. So. Aua. Komm, spawn mal was. Spawn mal Gegner. Nein. Oh, du bist doch ein Arsch. Och, Demon Baby. Och, Mann. Jetzt wollte ich mal gucken, was ich mit dem Greed Glitch so alles rauskriegen kann. Ist mir auch nicht vergönnt. So. So richtig fies gerade, äh. Vorteil ist, ich treffe jetzt nicht mehr auf Superbreed. In der nächsten Ebene. Das heißt, ich habe mal wieder einen normalen Shop. Autsch. Oh Gott. Danke, Plazenta. Oh. Ey, Samson ist echt so eine kleine Hure geworden. Bei mir. Eine kleine Hure, die nichts drauf hat. Na komm. Jawohl. Ah. Ah. Nimm mich in die Zange. Genau. Ach, da ist ja noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Und Bad Gas. Okay. Fallen. Ah, der Vorteil ist, wir kriegen wahrscheinlich ein gutes Boss-Item. Eventuell auch mal ein gescheites Damage ab. Aua. So. Nummer 1 ist das, ne? Okay. Dann würde ich sagen, passen wir jetzt ein bisschen besser auf. Es regnet wie Sau, ey. Bei uns gerade hier. Pops, Rock'n Head. Oh Gott. Pops. So. Ja. Sehr schön. So. Jetzt sind wir halt wieder schwächer als in der letzten Ebene. Weil wir noch keinen Schaden genommen haben. Was ich allerdings noch nicht mehr so schlimm finde. Und. So. Bin ich froh, dass ich das Damen-Baby dabei habe, ne? Aber warum kriege ich ein ganzes Herz Schaden? Das frage ich mich. Warum kriege ich, Gott verdammt, nochmal ein ganzes Herz Schaden? Ich verstehe es nicht. So. Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Weiter. Joa. Komm. Komm schon. Okay. Du als nächstes. Du auch noch. Komm. Ripp, ripp. Ripp, ripp. Ripp. Bomben? Nein. Natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich auch... Ah. Ich bräuchte, glaube ich, aber trotzdem noch eine. So. Aber im Zweifelsfall, im Falle eines Falles, klebt, uh, wirklich alles. So. Ist jetzt auch scheißegal. Einmal. Einmal. Zweimal. Und... Dreimal. Duggast, Purity und Pheromones. Purity und Pheromones. Purity ist, ähm... Dass wir den... einen Fluch loswerden, glaube ich. Ja. Okay. Bitte, 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 bitte. Nein. Hier. Ah, fuck you. So. So. Autsch. Schon wieder ein ganzes Herz Schaden gekriegt, ne? Ich frag mich, warum ich ein ganzes Herz... So. Unser Kopf, äh, schützt uns praktisch auch vor Schaden jetzt. So. Alles klar. Quatsch. Wir werden diesen Run wieder nicht schaffen, Leute. Warum? Scheiße, Eva! Ah, dann hab ich halt jetzt die Guillotine dabei. So, was ist hier? Der Shop. Was soll ja auch sonst sein? So. Nehmen wir das mit. Gucken wir mal, was das für eine Pille ist. Natürlich, äh, nehmen wir das noch mit. Und die Bombe nehmen wir noch mit. Und... Den Rest donaten wir. Den Rest donaten wir bis auf 15. So, komm. Na, 700. 701. Das nächste Achievement hat's leider noch nicht gereicht. Grrrr. So. Stirb. Alter. Na, komm. Weiter. Monstro 2! Jawohl! Könnte ich bitte ein Devil-Deal bekommen und den Brimstone? Damit ich sagen kann, ja, easy win. Ich bin schon wieder getroffen worden, ne? So. Immerhin in Damage und Range-Up. Boah, was würde ich jetzt für den Brimstone geben, Leute? Was würde ich jetzt für diesen Brimstone geben? Curves of the Darkness, da hab ich keine Lust drauf. So. Alles klar. Autsch. Warum krieg ich verdammt noch mal ein ganzes Herz Schaden, ey? Das kotzt mich grad richtig an. Ja, bei den Stacheln sowieso, aber... Alter, ey, ich... Ohne Scheiß. Ich werd den Run gleich einfach beenden. So. Oh Gott, ey. Der regt mich schon wieder auf, der Run. Ach, bitte, lass was Gutes im Shop sein, wenigstens. So. Zack, zack, zack. Diese scheiß Guillotine, ne? Alter! Lass ich ja. Komm. Die HD. Oh, was kriegen wir für ne Pille? Paralysis. Was auch immer gut an dieser Pille sein soll. Und, ach komm, wir nehmen noch den Little Baggy mit. Und das. Und noch nen Schlüssel. Und die letzten drei donaten wir. So, was haben wir hier? Bad Gas, die heben wir uns mal auf. So. Jetzt. Ich krieg aber auch Schaden gerade. Wo ich mir denke, ey. Warum krieg ich diesen Schaden? Oh, komm. Tears up. Tears up. Tears up. Wenigstens etwas. Was ist das? So. Äh. Bitte jetzt einen guten Devil Deal. Komm. Gar kein Devil Deal. Äh. Alter. Kann doch nicht, das kann doch nicht angehen. So. Oder ne rote Kiste. So. Die uns zum Devil Deal bringt. Aua. Jetzt krieg ich nur ein halbes Herz Schaden. Ne. Ne Pille. Paralysis. Was auch immer an dieser Pille ein positiver Effekt sein soll. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden. So. Autsch. So. Komm. Stirb. Stirb. Und stirb. So. Das halbe Herz nehmen wir noch mit. Ich bin ja so froh, dass wir die Zecke doch mitgenommen haben, ne. Andererseits. Hasse ich es gerade. So oft getroffen zu werden. So. Oh Mann. Alter Schwede. Kann echt nicht angehen gerade, ne. Das kann echt nicht angehen. So. Ja, komm. Stirb. Tschab. Und. Okay, das weiße Herz lassen wir erst mal liegen. Mäh. Ich will da dran. Halt. Ich kann sie raussprengen. Äh. Von. Hier am besten. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah, fast. Ah, shit. Na, komm. Wow, hat sich voll gelohnt. Naja. Ah, ha, 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 ha. Naja. Doch, hat sich gelohnt. Dadurch, dass wir Schaden bekommen haben. Machen wir dementsprechend mehr Schaden jetzt. Wir können solche Gegner mal eben wegbämsen. Gegner wegzubämsen, mache ich ja gerne. Mr. Fred. Autsch. Gut, dass ich Gimpy habe, ne? Glaube ich zumindest, dass ich es habe. Oder war es der Fanny Pack? Ich weiß es nicht. Aua. Fuck you. Ey. Ich sterbe hier echt noch an Dummheit, ne? Range up. Und jetzt holen wir uns noch das weiße Herz. Ich sterbe hier echt noch an Dummheit. So. Weiter. Weiter, komm. Mom, könnten wir noch schaffen, aber... Ey, ich kriege keine Devil Deals mehr. Ich... Das ist doch zum Kotzen. Jetzt werde ich auch wieder schwächer, sobald ich da runtergehe. Es ist... Es ist echt nicht... Samson ist echt eine richtige kleine Bitch geworden. Und stirb. Stirb. Wir haben jetzt zumindest mal... Ich muss mal gucken, wie meine Range so ist. Ah, immerhin. Es ist sehr viel besser. So. Jetzt kann ich zumindest auch mal... Sagen. Ich kann den Gegner von weiter weg treffen. Außer der Kopf hängt in der Wand drin. So wie eben. Ah. So. Zack, zack, zack. Natürlich. Natürlich. Es musste ja passieren. Es musste ja passieren. Das kann ich mir nicht leisten. Ich würde gerne nichts machen würden. So. Zack. Zack, zack, zack. Ich kriege ein Herz Schaden, wenn ich über so einen Scheiß Stachel laufe. So. Jetzt könnte ich es mir leisten. Aber... Ach komm, scheiß drauf. Bombs are key. Die ist ab. Okay. So. Gib mir das halbe Herz, sobald die Grütze weg ist. Jawohl. Okay. Der Raum ist jetzt angenehm. Oh Gott. War die Pertified Bug, die wir nicht mitnehmen können. So. Weiter. Stirb. 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 Komm. Du noch. Ach. Bomben. Bomben sind gut. Wie gewonnen so zerronnen, dachte sich das blaue Herz. So. Okay. Jetzt noch hier. Okay. 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 Einfach nicht aufgeben. Einfach immer weiter. Positiv denken. Immer weiter. So. Und auf zum Arm. So. Alles klar. Der war sogar richtig gut. Ab nach unten. Ich würde lachen, wenn wir diesen Run noch schaffen. Aber ich glaube einfach nicht dran. Ich bin da viel zu pessimistisch gerade für. Komm. Na sicher. Na sicher. Warum auch nicht? Give me a troll bomb. I need that. Ich meine. Ganz ehrlich. Okay. Eigentlich. So vom Schaden her. Wir müssen uns jetzt einfach nur gut konzentrieren. Wir müssen uns jetzt einfach nur gut konzentrieren. So. Dann läuft das auch. Dann ist das cool. So. Dank der Zecke. Autsch. Dank der Zecke haben die Gegner hier ja auch ein bisschen weniger HP. Und ich hole mir eben fix die beiden Herzen hier. Oh Gott. War das knapp. So viel zu. Ich hole mir eben fix die beiden Herzen hier. Die sind ja fast noch getroffen worden. Nein. Oh Gott. Okay. Das halbe Herz lassen wir liegen. Ich brauche ein ganzes Herz. Oh Gott. Okay. Komm schon. Ja wo? Autsch. Okay. Leck mich. Was soll ich verlieren? So. Was soll ich verlieren? Quatsch. Komm. Gib mir ein silbernes Herz. Scheiße. Pheromones. Paralysis. Okay. Die Pheromones heben wir uns auf jeden Fall auf. Da wollen wir ran. So. Komm. Fade. Das ist jetzt nice. Das ist jetzt richtig nice. Auch wenn wir mit höchster Wahrscheinlichkeit unser silbernes Herz verlieren. Ist das jetzt richtig nice. So. Aua. Was hat mich denn jetzt getroffen? Ach so. Der Laser von dem Phee da unten. So. Weiter. Nächster Raum. Autsch. Gott sei Dank droppen hier so viele Herzen gerade. Jetzt hätte ich gar keine Chance. Nein. Greif dich gegenseitig an. Und. Geld. Und noch ein Herz. Das Herz ist wichtiger. Ich denke mal nicht, dass wir gegen Satan jetzt die größten Probleme haben werden. Oh nein. Sagte er und wurde getroffen. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Okay, okay. Fratz. Zweimal. So. Dreimal sogar, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, nur zweimal. Okay. Alter. Sorry, aber das ist ein richtiger Scheiß-Run bisher. Okay. Wir sind auch jetzt nur so stark, weil wir so oft getroffen wurden. Aber immer können wir das halt nicht machen. Immer funktioniert das nicht. So. Jetzt. So. Nice. Okay. Also, okay. Es läuft gut, wenn wir, wenn wir genug Herzen auf einer Ebene haben. Und uns somit wieder regener... Oh, nice. Und uns somit immer wieder regenerieren können. Was ist das denn für eine? Ich habe gerade neben deinem Fernseher laufen. Was ist das denn für eine? Oh Gott. Okay, jetzt habe ich wieder gute Laune. So. Ähm. Troll Bomb. Ähm. Troll Bombs. Äh. Pillen. Bombs are key. Nein. Telepills. Eventuell. Ja. Nice. Ich will in den Herzen kommen. Na, komm. Silberne Herzen. Wenn jetzt Cancer droppt, rast dich aus. Oh, komm. Ja, ein silbernes Herz. Eine gelbe Pille. Der Ringworm. Noch ein silbernes Herz. Oh, nice. Okay. Bad Gas. Lemon Party. Und Bad Gas würde ich dann gerne mitnehmen. Ansonsten. Oh, wir haben es nicht weit bis zum Boss. Das ist gut. Autsch. Okay. Ist das Lack ab? Okay. Zweimal Megamore. Einer ist down. Der zweite sollte auch gleich down sein. Okay. Oh, Teratoma. Fuck you. Okay. Schub der Wub. Nehmen wir nicht mit. Na, was haben wir hier? Geld. Oh, naja. Wollen wir uns nicht drüber beschweren. Schub der Wub nehmen wir aber trotzdem nicht mit. Okay. Wow. Okay. So. Wir können es echt schaffen. Ich fass es nicht. Komm. Bob's Brain. Jawohl. Komm. Und jetzt hier Lemon Party. Sehr schön. Bob's Brain. Bob's Brain. Bats. Oh. Halleluja. Herrgott im Himmel. Oh, Mann. Jetzt fehlen echt nur noch Lazarus und Maggie. Bis zum nächsten Mal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Vielen Dank.